Hier ist die Villa di Malta, einer der zwei Hauptsitzer des souveränen Maltese-Ordens. Was ist der souveräne Maltese-Orden? Ähm, ein Land, können wir erstmal so verstehen. Aber warum warten so viele Leute vor dem Eingang dieses Landes? Und was wollen sie sehen? Das zeige ich euch in dieser Episode. Der souveräne Maltese-Orden ist ein katholischer Ritenorden mit einer bemerkenswerten Geschichte, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Der Orden wurde ursprünglich gegründet, um Pilger im Heiligen Land zu schützen und Pflegeeinrichtungen für Kranke und Verletzte einzurichten. Die Geschichte des Ordens beginnt im Jahr 1048, als eine Gruppe von Kaufleuten aus Amalfi in Italien ein Hospital in Jerusalem gründete. Diese Hospitalbruderschaft entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Ritterorden und erhielt 1113 die offizielle Anerkennung durch Papst Paschalis II. Nachdem die Kreuzfahrer 1291 Jerusalem verloren hatten, zogen sich die Maltese-Ritter auf die Insel Rhodos zurück. Später, nachdem auch Rhodos gefallen war, erhielt der Orden 1530 von Kaiser die Insel Malta Aslein. Auf Malta erreichte der Maltese-Orden seinen Höhepunkt und erlangte Ruhm durch seine erfolgreiche Verteidigung gegen die osmanischen Streitkräfte während der Belagerung von Malta im Jahr 1565. Heutzutage ist der souveräne Maltese-Orden ein souveräner Völkerrechtssubjekt. Die Mitglieder des Maltese-Ordens setzen sich für medizinische Hilfe, humanitäre Hilfe und der Schutz religiöser Freiheiten ein. Wie ich am Anfang des Videos euch versprochen habe, zeige ich mal euch, was man durch den Tor sehen kann. Also, im Holztor ist das sogenannte Aventin-Schlüsselloch. Am Anfang hat mein Handy wegen der Helligkeit fast gar nichts aufgenommen. Aber als ich es umgestellt habe... Voila! Ein malerischer Blick auf die Koppel von Sankt Peter im Vatikan. Die Szene wirkt wie ein sorgfältig arrangiertes Gemälde, wobei die Zypressen eine natürliche Rahmenstruktur für die Koppel von Sankt Peter schaffen. Was besonders ist, allein in diesem Blick sieht man drei Länder. Also Italien, souveräner Maltese-Orden und Vatikan. Die Szene wirkt wie ein sorgfältig arrangiertes Gemälde und Vatikaner Maltese-Orden und Vatikaner Maltese-Orden und Vatikaner Maltese-Orden und Vatikaner Maltese-Orden. Jetzt ist der Sonntag in der Früh gegen halb acht. Gerade ist die Straße noch leer. Sehr wenig Leute draußen. Deswegen möchte ich ja hier nicht rum stören. Rum, danke dir, war sehr schön. Schlaf noch weiter, genieß dein Sonntagsschläfchen. Und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut!